Eine Mutterkatze stand als stille Wächterin ihrer drei Kätzchen. Ein gütiges Herz, das sich der Kämpfe der Katzenwelt bewusst war, ließ gelegentlich Futter für die Streunerkatzen zurück. Eines Tages, als diese mitfühlende Person ihren gewohnten Platz erreichte, bemerkte sie etwas Unstimmiges. Dort, auf dem kalten, unbarmherzigen Gehweg, lag ein schwaches orangefarbenes Kätzchen, dessen winziger Körper vor Angst und Hilflosigkeit zitterte. Neben ihm kämpfte die geschwächte und sterbende Mutterkatze, um ihren Nachwuchs zu trösten. Eine herzzerreißende Erkenntnis entfaltete sich, die Mutterkatze war Opfer von Gift geworden. Die Person, bewegt von Trauer und Mitgefühl, hielt die bewegende Szene durch das Objektiv ihrer Kamera fest. Die Mutterkatze, die sich an die Freundlichkeit von Fremden gewöhnt hatte, hatte unwissentlich vergiftete Nahrung zu sich genommen, was ihr tragisches Schicksal besiegelt hatte. Neben der sterbenden Katze befand sich ein Pappkarton, in dem zwei weitere Kätzchen lagen. Geschwister, die mit unschuldigen Augen auf den bevorstehenden Verlust blickten. Ihre Mutter klammerte sich in einem letzten Akt der Hingabe verzweifelt an das Leben, in dem Versuch, das rote Kätzchen an ihrer Seite zu beruhigen. Doch ihre Kraft schwand, und die grausame Realität ihres bevorstehenden Abschieds lag in der Luft. Als der gütige Beobachter sich nährte, um die drei Kätzchen zu retten, versuchte die sterbende Mutterkatze schwach, ihre Vorderpfoten zu heben, ihr letzter Versuch, Trost zu spenden. Das kleine rote Kätzchen, das noch nach der Wärme seiner Mutter sehnte, zögerte, ihre Seite zu verlassen. Die Szene war ein ergreifender Tanz zwischen Leben und Tod, eine herzzerreißende Erinnerung an die Zerbrechlichkeit des Das-Eins. Mit schwerem Herzen sammelte die Person behutsam die drei Kätzchen ein, deren Augen vor Verwirrung und Trauer weit aufgerissen waren. Das kleine rote Kätzchen, hin- und hergerissen zwischen dem Instinkt, bei seiner Mutter zu bleiben, und dem Bedürfnis nach Schutz, zitterte in den Armen seines Retters. Die Mutterkatze, nun frei von Leiden, wurde in den Wäldern außerhalb des Dorfes bestattet, einem friedlichen Ruheplatz, der ihrem selbstlosen Opfer gerecht wird. Die Familie konnte jedoch im Leben nicht wieder vereint werden. Die Kätzchen, nun unter der Obhut ihres wohlwollenden Beschützers, standen einer ungewissen Zukunft ohne die tröstende Anwesenheit ihrer Mutter gegenüber. Am Ende dient diese bewegende Geschichte als Mahnung, ein Aufruf zu unserer geteilten Menschlichkeit. Jedes Lebewesen, ob groß oder klein, zahm oder streunend, verdient Liebe und Fürsorge. Die Fähigkeit, Mitgefühl zu zeigen und denen in Not beizustehen, definiert unsere kollektive Menschlichkeit. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.